und damit herzlich willkommen zu einer weiteren runde uno wir wollten zwar ursprünglich rainbow six aufnehmen leider gibt es bei elrien aber eben technische schwierigkeiten und bevor man da jetzt noch stundenlang rumprobieren haben wir jetzt gesagt schieben wir noch eine runde ohne zwischenrein und mit rainbow da gucken wir dann einmal in ruhe die tage ja technischer sofort gar nicht vorgestellt aber hallo ja hallo ihr könnt euch selbst vorstellen ihr seid groß genug habe ich mir sagen lassen also ich werde schon ich werde schon gesiezt also von dem her und da stetig chris mag es nicht ich kann doch auf meine eigene disco drüber das ist gar kein ding kannst du einblenden habe ich gar keine schmerzen mit ich habe ich habe die channel inzwischen konfiguriert rot ist die farbe der liebe grün ist die farbe der hoffnung genau wir können mich einmal wieder auch menno dann drehen wir noch mal kommt meinst du sehe ich nicht ein ach komm hallo ach komm weil du es bist muss das sein jetzt habe ich keine mehr doch guck mal jetzt habe ich keine mehr wir können leider nicht in den chat gucken weil sonst sehen wir ja johannis karten ich glaube auch die chat gleich aufmachen ja den chat könnte wie er pop out rausnehmen ja hatte mache ich gleich nach der runter wenn wir dann hier fertig sind nirgends habe ich hier soviel auf dem linken bis das konflikt ist doch ich habe ich schon soviel hier doch muss das johann laufen hallo ich habe jetzt 30 mal gewonnen bedenke das kommen elegant hier ein paar karten ja ja ich sehe ich nicht fühle ich nicht bin ich nicht dabei ich auch nicht komm bitteschön weiter du hast mich gerade vor drei karten bewahrt weißt du das macht nichts hauptsache sie muss noch weiter zählen nein der kann legen das kann ja noch mal liegen doch jetzt hat sich überhaupt nicht belohnt ich habe aber auch nur schrott auf daten das wahnsinn müssen wir jetzt auf blau gehen ja mir müssen wir was anderes nehmen bin ich dafür lecker unter blau eine 2 dankeschön droht das kann ich was dann hat ja gut es darf doch nicht wahr sei das war eine rote vier und hinten drauf die plus 265 punkte ja ich musste gerade so leise ich sage ich mal kurz loszuladen wenn wir doch beide rot ja vier minuten ist ja schon bald esl unniveau hier esl unniveau aber speedrunners unniveau ich habe ich habe super karten einste ich nicht gefällt mir nicht die farbe abgüste vor der aufnung komm doch nochmal warum können die paar karten macht er gerne ach komm du hast 14 der hat schon zweimal ne plus 5 auf daten was soll das denn vielleicht hast du ja auch eine ja du darfst nochmal ziehen ne vielleicht ich sehe es nicht elli hat ihr aber gerade weggeschmissen mit der 9 komm dann wechseln wir mal warum weil ich es kann ach komm weil ich es kann oh man ey nein das wollte ich gerade machen mann halt auf damit jetzt ist die doch dran komm dann drehen wir nochmal alles klar ich gehe mir mal kaffee holen oder mach mir was zu essen ich nehme auch einen kaffee kann der nicht warte mal hallo hallo könnt ihr mal aufhören ich glaube es ja nicht ja warum grün grün ist die farbe der hoffnung nein kaum könnt ihr abfacken momentan 1 2 3 plus 5 ja nee ist klar lohnt sich wenn wir mal drehen würden wer hat er bedroht ich und das nicht nur einmal ja alles klar ich ziehe es mir da 15 karten oder was das ganze sieben mal das ganze sieben mal kann doch nicht wahr sein wer spielt überhaupt sowas wie uno hier ja warte mal komm da geh ich mal kurz mit schade wer hat bitter rot ich noch sechs mal du zählst nicht hallo aber sie oder was 15 karten du willst mich verarschen komm hier farbe der hoffnung dankeschön ja natürlich jetzt dreht er um jawohl ja machen wir erstmal den hier rein kann das nicht wahr sein ich hätte gern die farbe hm seh ich ist hier keiner von euch noch nur plus 5 dass wir irgendeinmal was reindrücken können ja start halt mal vielleicht hat einer von uns noch einer was ja dann kann ich lieber dich legen nein ach komm schon ja komm hau rein gib ihm nee krieg ich nicht ein doch volle gönnung ich meine ich hätte eben noch andere karten auf der hand gehabt aber zieh erstmal eine nee das war ja so klar ich dachte schon der hat grün na gönn dir ich hätte so oder so ziehen müssen also von daher nein dankeschön konnte halt meine 3 meine 3 plus 5 konnte ich gar nicht ausspielen ich hatte irgendwie beende ich ja gerade jede Runde ich hatte am Anfang nur eine andere Karte ich hatte nur Rechnungswechsel ich hatte die ganze Hand voller Rechnungswechsel Alter what the fuck deswegen konnte ich ich hab einfach nur Rechnungswechsel gehabt ich hab nichts anderes wir bleiben beim ESL Niveau ne ja ich sollte den Streamtitel glaub ich ändern und dann auch den Folgentitel für YouTube ESL UNO gib ihm dann mal die anderen Karten angucken komm ja das lohnt sich yeah nur Pisse auf der Hand geil meinst du schon mal die 8 komm ich erstmal 7 ziehen nein hör auf damit es geht schon wieder los alles klar oh ne diesmal nicht 7 ziehen ne denk dran ach man ey darf ich auch mal mitspielen ne ja moin ja genau zieh mal bis du orange hast ja ne ist klar 10 Karten ich hab schon gedacht das muss die ja ich sag jetzt auch aber der hat keine gehabt jetzt instant ragequid gemacht ihr kennt das doch von goldfit instant raus raus direkt installieren fertig kann ich lange fucken oh ne die Folge oh das hat mich so dermaßen getriggert Wahnsinn die Map war doch cool die Map war doch cool die war doch cool boah was du warst die hälfte hälfte Map nur am scrollen dass du irgendwas siehst ey ich hab die Supergraden auf der Hand ne das seh ich nicht ich fühl grün scheiße naja haben wir nix ich kann nichts ändern Dankeschön ja war ja klar ich hab ne gelbe aussetzen gehabt 3 Runden gespielt 2 Minuten wat ja wir machen ja Speedrun Ulo was soll das denn jetzt die letzten die letzten Runden sind irgendwie länger gegangen hab ich so in der Änderung ja irgendwie das kommt noch glaub mir na wenn wir dann sagen wir die letzte Runde kommt gleich dann geht's für eine halbe Stunde ja ach man ey kaum gönnt ihr ne ne ich bin doch nicht so gemein verreder schwein hier ah dankeschön ich hätt gelacht wenn der jetzt auch noch ein bisschen wenn du das ziehen müssen das fänd ich was cool gefunden ich hab doch nur Scheiß auf der Hand jo genau ich wurde vom NPC dazu gezwungen nein das ist die Rache das ist kaum noch genau das ist die Rache komm ich möchte nicht kann doch nicht wahr sein oh komm hallo na komm die geht auch noch ne die geht nicht oh man ey gönnt dir ja gleiches Recht für alle ja wow leg mal los komm gib Gas ich bin kurz nicht mehr alleine ne mach ruhig mach ruhig mach du so look im Play ah Richtungswechsel komm mach mir doch einen Richtungswechsel ne mach mal nicht wir ziehen das mal komm gönnt dir mal du machst die ganze Zeit außen vorn nimm mal packen ja wir drehen wieder mal es reicht weiter wir drehen gleich wieder zurück naja klar wollen wir gleich wieder zurückdrehen gibt extra Punkte ne erst mal bin ich dran hier ooooo wer hat denn bitte orange auf der Hand ich nicht orange ist vielleicht ihre Haut aber sonst gar nichts ja zieh mal bis lila genau zieh du mal bis danke erreicht komm so viel waren es noch gar nicht wenn ich so weitermache habe ich nur noch 8 auf der Hand 3 8 auf der Hand was soll das denn wie gesagt ich hab eben die ganze Hand voller äh 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 Richtungswechsel ja komm nimm dir paar Karten jawohl volle Gönnung gib ihm der kann es gebrauchen oh das kommt durch ein orange ach Leute ne du spielst heute nicht mit ich merk das schon was tut da so wenig Karten auf der Hand das gefällt mir nicht ja jetzt sagt der sagt der mit 3 Karten auf der Hand ne ja sagt der Diebe genauso viele Karten auf der Hand ich hab nur nicht gewonnen deswegen sagt der der da auch 3 Karten auf der Hand hat ooooo der hat noch der hat noch 12 Karten auf der Hand oder Johannes der weint auch nicht der weint auch nicht gleich nicht mehr ach genau 2 Karten dazu die verraten hat doch keiner na wer dreht das mal ganz kurz oh ich hab nämlich neue Karten die muss ich mir auch mal angucken ne ja wenn sie mir nicht so komm die Richtung gefällt mir nicht wenn Moritz ne 5 voraushaut oh ihr habt es dann Kinder irgendwo türkis das war fast so hässlich wie grün ja lass mich rauslegen du gewinnst heute nicht mehr keine Angst du gewinnst du gewinnst du gewinnst eyli was soll die scheiße hat 1,2,8 auf der Hand ihr habt alle selben die selben Karten von hinten alle nur türkis und orange ich hab glaub ich noch 2 türkise übrig ja alle anderen hab auch der Moritz hat nur türkis orange und Johannes hat auch türkis und orange mobbing spiel ja ehrlich ja ja komm zieh mal eine warum seid ihr so gemein zu mir nein das war richtig warum ist der LPT so gemein zu mir ich nicht weil du es verdient hast ganz einfach hat er eben nicht hat er wohl ich bin glücklich zu dir ich lass dich sogar wieder dran kommen oh dankeschön ich bin glücklich zu dir gehabt das weiß ich ich weiß es nicht ich bin heute hatte gelbe gehabt vielleicht vielleicht auch nicht dann heißt es nicht immer ohne und dann dann ziehe ich erstmal ein bisschen dann bist du sogar noch mal dran jetzt machst du bitte fertig nee schade gerade direkt nicht nur 5 gezogen natürlich vielleicht manchmal richtungswechsel ja soll ich mir kurz was zu essen machen oder ja bitte ich hab auch Hunger ich hätte gern ein schönes steak soll es jetzt erstmal aus hier was ist denn das ich darf wieder ziehen ich darf wieder ziehen ich darf wieder ziehen ach mensch warum ruht danke jetzt drehen wir erstmal jetzt bin ich dran ne ja das ist ja keine plus 5 warte meinst du ne find ich nicht bitte schade ich dachte er hätte plus 5 gehabt ich habe drauf gehofft und da hättest du nämlich ziehen müssen elli so muss ich jetzt trotzdem genau hätte aber jetzt aber 20 ziehen müssen ja ich weiß zieh mal bis was hattet ihr denn da plant gehabt die andere Seite hoffentlich kein orange 20 karten 21 22 23 no und der ist kein orange ich wusste der also orange konnte er nicht haben sehe ich nicht darf ich auch mal mitspielen oder wenn ihr liebes hä warum legt der eine fernwunschkarte mit orange auf orange das ist eine katze die da spielt wer hat bitte orange haben wir trennen mal wieder um oh kommt ich glaube jetzt auch ja jetzt darfst du drehen wir nochmal ok ja ja müssen wir mal ziehen guck das meine ich die runde geht das schon wieder gut geht schon wieder 5 minuten das ist kein ESL Niveau mehr ne das ist kein ESL Niveau mehr das stimmt boah kann der wisch war es sein ok dann drehen wir nochmal ey tut mir leid ich kann nur das machen was grad ist ne seh ich nicht drehen wir nochmal dass du deiner türkisten los wirst genauso wie ich ne dann drehen wir halt nochmal haben wir es jetzt bald mit dem drehen schade ich dachte wir drehen nochmal wäre schön gewesen schade komm komm schon ne mach mal nicht wir drehen einfach nochmal guck das gefällt mir aber nicht moritz moritz hat einen haufen plus fünfer schon ein bisschen angst davor mann ich krieg der scheiß orange wäre doch arsch willst du mich verarschen schade ich hab auch nur türkis gehabt deswegen ja komm wir müssen nochmal drehen fuck der türkis deswegen ok komm moritz hau rein ja los gehts speedrunners uno ESL hopp dafür kann ich das auch nicht mehr ich hab nämlich auch nur türkis ich hab auch nur türkis gehabt deswegen noch lacht ihr alles gut ja noch lacht ihr das werde ich das erste mal von dem stand auf null runterspielt einfach an ich lass die richtung mal so moritz hat immer noch plus fünf das gefällt mir nicht ich hatte nur ein alles gut scheiße mach ja keine dummheiten jetzt ich geh jetzt wirklich ein einsatzes fäustchen das laufst du gar nicht richtungswechsel ok die richtung nochmal ich hätte gerne ja kriegst du ich kann dir alles bieten was du willst diese runde hat niemals auf auch mann erinnerst das ist auch da muss man ziehen meister so hier gib ihm na driemann meinste mhm ich wünsch mir lila ne okay aber das was wir werden jawoll attacke Da machte es jetzt noch fertig, Maus. Ja, da machte es jetzt noch. Oh, komm, ey. Hallo? Ich bin eben mit meinem Richtungswechsel. Jawohl, Attacke. Ich bin doch mal fertig hier. Ich bin doch noch eine. Wer ist gewesen? Oh, das gibt es noch nicht. Das hat er gewonnen. Nee, hat er nicht. Ja, hat er. So, meine Aufnahme ist gerade crash. Wir müssen das Ganze jetzt hier beenden. Ich hatte die letzten 5 Minuten nur noch Schwarzbild gehabt. Das ist mir gerade aufgefallen. Oh, ernsthaft jetzt? Ich habe mir irgendeine falsche Szene aufgenommen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Scheiße. Ja, das ist natürlich kacke, ne? Ach, guck mal, wie stehen wir jetzt mit Kasper und Moritz zusammen? Ja, ich bin mit Kasper und Moritz zusammen. Einmal verlassen. Er ist hier nur bei 21 Minuten. Verlassen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und sehen wir uns nächste Runde wieder. Und da kennen wir in einem anderen Video. Bis dahin. Haut rein. Der Udo König verabschiedet sich. Macht's gut. Meine Untertanen. Das ist ja Goldfett, Udo. Schleimer. Aber das spielen wir ja nicht mehr. So, was hat man früher auf dem Schulhof verhauen, weißt du? Da musste herkommen, 1 gegen 1, aber ohne schubsen. Kratzen, beißen, treten, Haare ziehen, alles erlaubt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich habe das schon beendet, aber alles gut. Ich habe das schon beendet. Ich habe es schon beendet. Untertitelung des ZDF, 2020